Jetzt diskutieren sie wieder, bitte nimm's zurück! Es geht weiter. Eckball. Bona Sosa bringt die Flanke. Mafropanus! Ah, da kam er mit bisschen Zug aufs Tor. Der kam mit bisschen Zug aufs Tor, der Kopfball. Aber hat er. Hat er Riemann. Alter Verwalter, was hast du vor, Klimovic? Das gibt die nächste gelbe Karte. Ey, was war... Hä, was ist denn los mit dir, Klimovic? Frustfallende 18 Minuten oder was? Hä? Wofür denn, Digga? Was machst du, Klimovic? Hä, wie sinnlos war das denn? Auf Mittelkreishöhe, direkt vorm Trainer und mäht den da sinnlos weg. Holtmann, scharf rein, Polter! Müller! Sensationell Müller! Absolut grandios von Müller gehalten. Ja, okay, war schon in der Entstehung ab. Abseits langer Ball wieder, erfolgt man wieder. Auch wenn wir da eigentlich 98 Leute haben auf der Ecke, ist keiner. Ball rutscht durch, er kommt hin, Polter und dann nochmal. Der ist, der ist, der ist einen Meter vorm Tor. Schießt ihn aufs kurze Eck und er kommt mit dem Reflex mit der rechten Hand noch hin, lenken an den Pfosten. Wie gesagt, war es sowieso abseits, aber eine grandiose Parade von Müller. Alter, und es ist die nächste gelbe Karte, was ist denn los bei euch? Soll denn der Dreck? Da sendst auch Al-Gadui den komplett sinnbefreit weg? Na klar, er wollte zum Ball, aber du musst doch nicht am Mittelkreis da so rangehen. Da kriegst du auch einfach schon verdient wegen der Dummheit eine Gelbe für so einen Foul. Aber Dinos ist wieder dabei. Ich frage, ob man das gut findet oder nicht. Gerade, wenn man nicht so ganz bei sich ist, aber ich vertraue einfach mal unseren Midis. So, Sosa mit dem Freistoß. Weit nach hinten, Führig. Ja, Dinos! Dinos! Jawohl! Jawohl, Dinos! Vor drei Sekunden noch K.O. am Spielfeldrand gestanden. Stehend K.O. übertrieben gesagt. Sehr geil! Und Vorlage von Führig, wenn ich es richtig gesehen habe. Vorlage Führig. Freistoß Sosa. Ja, ganz nach hinten. Führig legt ihn zurück auf Mf-Meter-Punkt. Oder noch weiter vorne. 5, 6, 7 Meter frei vor der Hütte. In Top-Stürmer-Manier. Wir haben es gegen Freiburg schon gesehen. In Top-Stürmer-Manier. Ach, komm. Lass. Ja, jetzt diskutieren Sie über das Handspiel. Weil er ganz tief runter geht und ihn quasi hier oben hier ran bekommt. Er geht ja schon extra so hin, dass er nicht mit der Hand hingeht. Nimmt ihn runter und haut ihn dann Dropkick-Volle-mäßig. Haut er ihn eiskalt rein aus 5, 6 Metern. Sensationell, Dinos! Ohne Witz, Alter. Haut den in den Sturm. Das ist unglaublich. Auch ein schönes Tor gegen Freiburg. Aber jetzt diskutieren Sie wieder. Jetzt diskutieren Sie wieder. Bitte nimm es zurück. Mach es offensichtlicher. Und er schaut es sich an. Komm, bitte mach es offensichtlich, dass der Fußball tot ist. Tu es bitte einfach. Ich trage noch gar keinen 1 zu 0 ein. Bitte mach es einfach. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass hier solche Tore zurückgenommen werden, Mann. Hier. Gibt es scheinbar irgendeine, keine Ahnung, Ärmelregel, die es wohl scheinbar auch nicht gibt, weil er kriegt ihn hier oben hin. Hier. Jungs, alle die hier bei mir Kanalmitglied sind, hau mal bitte den VAR-Spanel rein. Führe ich. Zurück auf Sosa. Geht mal durch ein paar Leute durch. Ja, Massimo, leg ihn rüber jetzt. Meine Fresse, spiel deinen Ball, Massimo. Spiel deinen Ball ab. Ohne Witz. Da ist ein Mammusch, war es ein Mammusch, ich glaube ein Mammusch mit unten. Klar ein Anton auch noch, aber das ist nicht den, den du anspielen willst unbedingt. So aus Stürmermanier. Aber er schließt halt völlig schlecht ab, Mann. Leg ihn doch einfach ab. Der Ball rutscht einmal ganz komisch durch, der war fast bei Asano gelandet, Alter. Abpfiff. Wir trennen uns mit 0 zu 0 in Bochum. Ah, ja. Nach dem Spielverlauf geht es in Ordnung, ist 0 zu 0, hundertprozentig. Bochum war aber weite Strecken näher am 1 zu 0 als wir. Zweite Hälfte war ziemlich aussichtlichen, würde ich sagen. Erste Hälfte war Bochum ein bisschen näher dran. Deswegen leicht Bochum näher am 1 zu 0 als wir. Für uns auch so gesehen mitzunehmender als für Bochum, weil einfach dieser Charakter vom Auswärtsspiel beim Aufsteiger, Bochum hat das einfach das Heimspiel für sich. Aber halt vom Anspruch, Klassner halt, wichtige Punkte sammeln. Da darf sie gegen Bochum schon auswärts gewinnen. Wir kotzen natürlich sehr wieder ab mit dem VAR, klare Geschichte. Also für mich, ja, zum Brechen, dass das Tor zurückgenommen wurde, sehr, sehr schade. Das hätte vielleicht gereicht am Ende zu 0 zu 1. Wer weiß, war ja auch noch recht früh in der zweiten Halbzeit noch viel passieren können. So stößt er halt noch mehr unter Druck. So, vor dem Spiel hätte ich gesagt, aus beiden Spielen vier Punkte. Doof sagt, egal wie aufgeteilt. Jetzt musst du halt gegen Hoffenheim zu Hause gewinnen, aus meiner Sicht. Ohne jetzt irgendwie krass die Erwartungen hochschrauben zu wollen. Aber das darfst du sehr, sehr gerne wirklich sehr, sehr nahe legen, dass du gegen Hoffenheim zu Hause gewinnst, wenn du es in Bochum jetzt nicht getan hast.